Keiner zu erwarten. Krass, da bin ich doch getroffen. Und damit那我們 herzlich willkommen zu meinem let's play rated Game 62 im PC, Folge 48, genau hier, weil wir stehen geblieben und hier gehts sofort weiter. Deswegen, ganz viel Spaß beim Frame. Haben wir ja schon mal probiert. Hat irgendwie nicht soo gut. Was denkst du? Oh, wir finden uns gut. Gut. Werden die meisten Schmerzen gewinnen, okay? Okay. Okay, stand mit mir. As soon as du deinen Weapon an aimierst, wir fliegen. Okay. Go. That's right! Ja, ja, alles klar. Wenn wir verlieren, ist mir das jetzt auch egal. Weil, wir haben so viel Geld. Aber der kommt mir freundlicher vor als der andere da. Ja. Ja, ja. 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 Ah. Ja. Schön, damit haben wir den Fluch dann auch rausgeglichen. Wunderbar. Und auf geht die Post zu der Mission, die wir jetzt sofort starten. Ähm, ja. Also die Story ist krass. Also jetzt gerade sind wir schon so in der Phase, wo die Story von Mission zu Mission irgendwie krasser und krasser wird, ne? Mal sehen. Ach, hier sind wir ja. Und los geht's. Arthur. Hast du gesehen, Jack? Nein. Wo ist mein Gott? Wo ist mein Gott? Wo ist mein Gott? Wo ist mein Gott? Sie haben ihn, nicht? Sie haben ihn, mein Gott. Wer hat ihn? Wir denken, die Braithwaite Frau hat ihn. Oh. Kieran hat gesehen, ein paar Freunde zu hören wie Braithwaite. Wo ist mein Gott? Wo ist mein Gott? Wo ist mein Gott, Dutch Vandalin? Wir holen ihn. Wir holen ihn. Wir holen ihn zurück. Wir holen ihn zurück. Und wir holen die Schmerz, die eine Temerität hat, um einen Hör auf den Hörerchen zu haben. Abigail. Du hast meine Worte. Ich geh mir zurück, mein Gott. Ich geh mir zurück. Ich geh mir zurück. So helf mir Gott. Ist das komplett herzlos, ihr Säcke? Ja. Wir haben nur in der Höhe von den Graves in der Stadt getrunken. Alter, ich glaube, das hier ist die größte Gruppe, in der wir jemals geritten sind. Um irgendeine Mission zu machen. Außer natürlich der Konvoi ganz am Anfang, aber... Ich versuche! Ich werde alle da töten! Es ist einfach, John. Ich versuche, dich ruhig zu bleiben. Ich bin gut. Wie haben sie ihn mitgebracht? Ich weiß nicht. Aber wir bekommen ihn zurück, und sie werden bezahlen. Ich versuche dir das. Was ist das Gold? Wer sagt das Gold? Wer sagt das Gold? Es hat Jack. Ich liebe es dir zu dir. Aber ich glaube, dass es kein Gold gibt. Wenn es es gibt, dann ist es irgendwo, niemand weiß. Was? Ich versuche, jede Kerze. Gott sei Dank, Hosea! Nach allem, das ist ein perfekte Schaden. Wir haben sie verraten. Nein, sie haben uns verraten. Es ist genug. Es gibt keinen Sinn, wie wir hier sind. Das ist woher wir sind. Und wir werden es verraten. Also kommen wir! Digger, ist das dunkel. Aber jetzt geht die Scheiße hier los, Digger. Jetzt gibt's Ärger. Digger, gleich geht's ab. Wir wollten dem Arthur ein bisschen Ruhe gönnen. Und jetzt geht's hier stärker ab. Denn je. Das wird, glaube ich, ne Metzelei. Was ist er? All right. Dismount. Come to me. We'll go in on foot from here. Du weißt... Oh toll, ich kann nicht mehr aufstellen. Weil sie nicht wissen, dass wir kommen. Arsar! Arsar! Wir können das ohne dich nicht machen. Komm schon, wir machen das. John, du sicher bist du okay? Wie gesagt, ich bin okay. Seid mir meine Leid. Beide diese Rädenknechtige Familie denken, dass sie uns verraten können? Ich glaube nicht. Da sind sie. Wer hat einen verdammten Mann? Ich werde mich auf die Scheine fliegen. John, ich brauche dich zu bleiben. Geh hier jetzt! Du inbreden Trash! Was in der Hölle willst du? Geh hier, John. Wir sind für den Mann. Sie müssen wissen, dass wir würden. Sie sollten nicht mit unseren Geschäftsbewegungen haben. Sie sollten nicht mit unseren Geschäftsbewegungen haben. Sie sollten mit unseren Geschäftsbewegungen haben. Sie könnten mit unseren Geschäftsbewegungen werden. Sie sollten nicht mit unseren Geschäftsbewegungen machen. Daher zu erwarten. Was, die haben sie auch getroffen. 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 Ja. Ja. Was, die haben sie auch getroffen. 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 Is, die haben sie auch getroffen. So, mein Angeらbe ist Saint-Dinni. Was, was, die haben sie auch getroffen. Either werden wir immer dort oder auf meinem Land in Italie. Wir gehen, Arthur, komm нед frank. Was haben wir mit ihr? Lass sie. Ich sagte, du hast du stöhnen. Es wird gut sein, John. Es wird gut sein. Hör auf Deutsch. Ich will nicht, dass du das verstehen kannst, aber ich habe nie mehr stolz von dir, als ich jetzt bin, Bruder. Du hast die richtige Sache gemacht. Wenn ich nicht diesen Mann zurückkehren, ich... sie... sie wird uns alle töten. Ich weiß, aber... Looking at das Logisch, dieser Mann ist gut. Sie haben ihn zu schrauben uns. Niemand nimmt einen Mann, um ihn zu schrauben. Er ist gut, John. Was denkst du, Arthur? Der Mann wird gut. Aber... Natürlich Marston hat Angst, Rott. Wir haben alle diese Leute geholfen. Wir haben alle diese Probleme... für nichts. Nein. Nein. Nicht für nichts. Für leben. Wir bekommen diesen Mann zurück und gehen. Trust mir. Hey, Dutch! Wir haben ein Problem. Nicht ein Problem. Visiten. Eine Lösung. Guten Tag, gute Leute. Mr. Vanderlinde. Mr. Matthews, ich glaube. Und wer bist du? Rip Van Winkle. Huh. Good day, Sir. Agent Milton, Pinkerton Detective Agency. Agent Ross. Ah, Mr. Morgan. Nice to see you again. Nice to see you again. And to what do we owe the pleasure, Agent Moron? I don't know if you're aware, but this... This is a civilized land now. We didn't kill all them savages only to allow the likes of you to act like human dignity. And basic decency was outmoded or not yet invented. This thing, it's done. This place, ain't no such thing as civilized. It's man. So in love with greed, he has forgotten himself and found only appetites. And as a consequence that lets you take what you please, kill whom you please and hang the rest of us? Who made you the messiah to these lost souls you've led so horribly astray? I'm nothing but a seeker, Mr. Milton. You ain't much of anything more than a killer, Mr. Vanderlinde. But I came to make a deal. It's time. You come with me, and I give the rest of you three days to run off, disappear, and go and live like human beings someplace else. You came for me? Risk life and limb in this den of lowlifes and murderers so that they might live and love? Well, ain't that fine. I don't want to kill all these folk, Dutch. Just you. In that case, it'd be my honor to join you. Excuse me, friends. I have an appointment to keep with. I think your new friend should leave now, Dutch. You're making a big mistake. All of you. Yeah. Dreadful. We have got something. Something to live and die for. How awful for us. Mr. Milton, stop following us. We'll be gone soon. I'm afraid I can't. And when I return, I'll be with 50 men. All of you will die. Run away from this place, you fools! Run! Come on. Get your damn hands off of me, boy. What now? We get out of here. And quick. Any ideas? I know a big old house hidden in the swamps outside Saint Denis. I'm sure they'll find us eventually, but it should buy us a few days. A few days is all we need. There's a spot out by Shady Bell. Lenny and I got into that dispute with the previous occupiers. The place is well hidden. You and Arthur, right out to make sure no one else has moved in. Lenny, go follow those fools out of here. Make sure that they leave. And John, we'll get Jack back. And we'll get going. Rest of you, get packing! Come on, John. This is crazy. We'll get packed up, but we need a new spot. Follow me. I know the way. Sorry. I'm sorry. Jetzt müssen wir schon wieder umziehen. Das war auch irgendwie die letzten Missionen abzusehen, ne? Der Digger. Wir drehen sie direkt zu uns. Ich meine, wie viele Leute wir in den letzten paar Wochen haben wir verletzt? Far too many. Es ist Dutch, die spielen seine Spiele. Hosea, auch. Wir sind mit diesen beiden Familien beschäftigt. Die Mastercon-Männer, die Arbeit in der Magik. Sie glaubten, dass es viel Geld gibt. Ja, sie glaubten, dass es Geld gibt. Es ist nicht immer. Schau, Marster, ich weiß nicht, was zu erzählen. Ich weiß nicht, dass Dinge nicht immer funktionieren. Das ist nichts anderes. Jack ist weg. Wir verloren, Sean, Mac, Davy, Jenny. Und für was? Wir können nicht verändern was. Wir können nur weitergehen. Aber ein Tag, wir müssen uns lernen, von unseren Fehler zu lernen. Komm, es ist nicht so schlecht. Wir haben eine Räume geflügt. Wir werden okay. Wir werden es durch. Ja, Dutch wird es verletzt. Dutch wird mit einem großen Plan machen. Jetzt, jeder Plan macht uns in die Schmerzen Probleme. Wir werden weitermachen, von wo wir gehen müssen. Du kannst nicht alles tun, Dutch. Du hast gearbeitet. Und rechtlich so. Nur nicht zu weit in deinem Kopf mit all das. Du kannst nie rauskommen. Es ist ein verdammter Schmerz. Das poor Kind. Wir wählen diese Leben, er nicht. Das ist alles, vorhin. Wir haben nicht mehr so viele Schuss. Toll. Hey moin rüber. Toll. Ich bedanke mich, du scheinbarer Mann! Die Böse sind nicht weg! Sie sind jetzt hier weggegangen! Was ist das, was du willst? Sorry, boys, this is ours, now. Get out of here, now. Any more of you upstairs, I'm coming for you. You hear me? Come at me. I dare you. Come out with your hands up. You can still walk out of here. Where are you creeps hiding? Come out where I can shoot you. You're the one hiding. I'm me. You think you're... You're the one hiding. Hm. I knew you'd come soon enough. You are some of the coward, like you. The bounty hunters, the freedmen, the carpetbaggers, the army of criminals who stole our land and our government. I survived them all. Our fight will live on. How's it looking up there? I think that's a lot. Didn't even have to shoot the last one. Good. Come help me with this, will you? What are you doing, Arthur? Where are you, Arthur? Here, give me a hand to move these bodies. I don't want the others to walk into this. Follow me. All right, this way. We'll dump the bodies in the swamp over there. Oh, man. Okay, I can deal with the rest of the bodies. You gonna meet up with the caravan? All right. See you, sir. Oh. Jetzt kommen die alle hierher. Ach, toll. Jetzt muss ich die hier alle holen, wa? Ah, warum müssen die denn alle oben sein? Was macht der Arthur die Aufräumarbeiten hier? Schön. Ach, wie oft ziehen wir eigentlich noch um in diesem Spiel? Nee. Nee. Kein festes Zuhause. Nicht leichte Situation für die Leute. Na gut. Als Räuber. Dann ist es schon leicht. Lass mich multi im Ist es ja Schade, egal. Wie sneakers gäbe. Dass literally die Ökatsch Politics gebaut wird gerade typisch dgemacht. Willkommen zurück, Wally, to one of my humble abodes. We got fine living, nor the corks is in the alligators, it's paradise. I love it. Miss Grimshaw, Mr. Pearson, would you two kindly work your magic? Arthur, take a ride with me. Sure. Come on. George? Yes? Could I have a word with you? Not now. Come on. Can you believe that girl? All I've got going on and she wants to talk. So Freunde, in diesem Sinne würde ich erstmal sagen, war es das für diese Folge genug. In der nächsten Folge machen wir dann was auch immer, dass ich mit uns machen will. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. In diesem Sinne, Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Tschüss und bis zum nächsten Mal. 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 Tschüss und bis zum nächsten Mal.